So, da sind wir wieder zum Thema Audi Coupé, Teil 2. Ja, genau. Ich habe das Video ein bisschen geteilt, sonst wäre das zu lang. Wir haben die Heckverbereitung so ein bisschen verändert. Ja, also wir haben verschiedene Varianten gehabt. Wir haben mit Jean-Pierre diskutiert, wir haben im Prinzip den Marc Lichter angerufen und Emilia Borka, das sind ja beide sehr, sehr hochrangige Designer bei uns. Der eine arbeitet bei Lamborghini, der andere bei Audi. Und das sind beide sehr gute Freunde von mir und ich schätze halt die Meinung von beiden. Und Design ist ja immer so ein bisschen natürlich eine Geschmacksache. Und mehr Augen sehen mehr als wir. Und deswegen haben wir gesagt, wir stellen auch gewisse Dinge einfach in die Diskussion und sagen, okay, gibt es vielleicht noch Alternativen, fällt denen noch was auf, fällt denen noch was ein und genau. Und da haben wir uns hinten so ein bisschen an dem Hinterteil fest diskutiert oder haben zumindest uns darüber ausgetauscht, sag ich mal, was für Alternativen gibt es. Wir haben ja doch mal diskutiert, ob wir hier diesen Radius haben. Kannst du ein bisschen näher kommen? Es geht um diese Wölbung. Die ist ja original bei Audi auch da. Ich würde die vielleicht nicht so groß machen, aber ich würde die trotzdem machen, weil sonst wirkt das Auto wie so eine Wand. Das zeige ich euch jetzt. Ja, das zeigen wir jetzt euch. Schau mal hier auch so eine kleine Wölbung. Die verläuft sich hier ungefähr so in der Mitte von der Verbreitung hier. Oder so. Also ich persönlich finde das wie eine Wand. Also die Idee, warum wir das diskutieren, war im Prinzip daraus entstanden, dass wir gesagt haben, gewisse ältere Audi-Modelle, wie zum Beispiel der Urquattro oder der Sportquattro oder der IMSA, die haben halt alle diese eher gespannte Fläche. Das heißt, diese Fläche, wenn ihr euch die so anschaut, die kommt so raus und bleibt, geht im Prinzip in so einem Bogen rüber. Aber im Vergleich zu dem anderen, da habt ihr hier quasi nochmal einen Zusatzradius und ihr habt hier nochmal so eine Anformung. Das ist jetzt rein Geschmackssache, ehrlich gesagt. Ich persönlich finde beides cool, wenn ich mich jetzt entscheiden muss. Auf diesem Auto speziell, in dem Stand, gefällt mir das andere aber noch ein Ticken besser, weil ich finde, so wie es jetzt hier ist, wirkt das hier zu tot. Ja, da ist irgendwie nichts los. Also das ist wie gesagt jetzt nur meine Meinung für dieses. Und da gibt es ja kein richtig oder falsch. Und es hängt ja vom Auto ab. Aber ich finde jetzt hier, dass einfach doch was fehlt. Ich persönlich, aber das ist jetzt wieder Rufen Mohr, mein persönlicher Spinnerkopf, sage ich mal. Ich persönlich liebe es ja auch bei meinen Autos immer so ein bisschen zu Stilelemente zu mischen, wo dann der eine oder andere sagt, ja mei, das ist aber nicht 100% original oder das ist aber aus einer anderen. Ich gucke immer, dass das in der Epoche bleibt, aber ich mag das eigentlich, wenn sich so ein bisschen Dinge mischen, weil mit so einem Tuning-Auto, da provoziert man ja auch so ein bisschen. Das soll ja nicht jedem gefallen. Und das ist zum Beispiel so was, das ist das, was jetzt Marc gemeint hat. Und da hat er ja recht, bei so einem neuen Auto ist das hier perfekt. Ihr habt hier oben die Kante und ihr habt diese Fläche, die steht quasi mehr oder minder schräg hier drin. Der hat nicht hier noch eine Anformung. Ah, schon. Er hat hier diese Kante und geht hier ein bisschen. Ja, mal gucken wir mal vorne. Ein bisschen. Wenn die eine sein soll und das ist, das habe ich gemeint, dass wir das auch bei dem Audi 90, bei unserem Audi. Ist richtig. Hier vorne hat er auch noch mal hier so ein Radius. Aber das ist natürlich, das lebt auf dem anderen Bild, ach, Mia. Weil ich auf diesem, auf dem Ränderring wirkt das mehr. Also in der Realität, als du das machen willst. Aber gut, wir haben ein Bild geschickt, was nicht so vorteilhaft war, weil er dachte, Herr Marc, dass wir diesen Part, bei uns geht er quasi wie so, wie so Dreieckform, so. Und er hat gedacht, das geht so. Das ist aber nicht so. Ja, das lag an dem einen Bild, wo man halt dieses Lichtspiel nicht hat. Also hier hat man ja kein Lichtspiel. Hier kann man, wenn man nur dieses eine Bild hat, kann man natürlich schwer einschätzen, wie ist der Winkel hier. Und es ist schon wichtig für die Stands von dem Stand, wie das Auto auf den Rädern sitzt, dass du hier einen gewissen Winkel hast, dass es halt quasi das Auto richtig so auf den Rädern sitzt. Ja, der muss wirklich so schön wie so ein Bulli sitzen, ja. Machen wir nochmal das eine Bild, wo du das Auto ganz von hinten hast. Du hast ja eben das Bild zentral. Ja, genau, wo man zentral nur von hinten aufs Auto schaut. Hier sieht man diesen Winkel, den sieht man nicht. Der läuft ja hier schon runter. So, und klar, jetzt kann man drüber streiten. Das ist ja im Prinzip das, wo wir diskutiert haben. Macht er hier nochmal so einen Bogen oder fällt er quasi hier wie mit einem Lineal gezogen ab? Ja, da bin ich wirklich auch deine Meinung. Hier oben ist so eine Kante. Da hat sich Audi auch was dabei gedacht. Wir haben sich einfach gerade so ein Brett gemacht, ja. So einfach wirklich so eine Kante drumherum gemacht, dass quasi diese riesige Fläche unterbrochen wird so ein bisschen, dass er nicht so wird wie so ein Ikea-Schrank, ja, sondern einfach so ein bisschen stylischer. Und das will ich auch hier erreichen. Ja, ich finde auch diese Rundung, also diese Kante hier, das gehört zum Auto dazu. Aber das ist, Geschmack ist alles gestartet. Und ich sage dir auch ehrlich, da bin ich auch der Meinung, ich finde jetzt, im Endeffekt ist, ist es ja auch dein, du sollst dich ja auch mit der Firma in, das soll ein Priorbody-Kit sein. Und da sollt ihr euch ja auch wiederfinden. Und ich sage mal, ich sage, mir persönlich gefällt das jetzt in der Konfiguration auch einen Ticken besser. Vielleicht halt, wie gesagt, nicht ganz so krass, aber ich sage mal grundsätzliches Konzept hier. Und das andere, ich verstehe schon, dass das jemand anderes sagen kann, er findet das auch schöner. Und das sage ich halt, im Endeffekt sollt ihr das auch schon so machen, wie es euch halt gefällt, weil ihr natürlich auch sagt, das ist ja auch, es repräsentiert ja eure Firma. Dann hast du quasi diese Linie, die ist auch leicht angedeutet, ja, weitergegeben. Aber das wird viel zu groß. Also ohne diesen Knick, sage ich mal so, leichter Knick ist das, wird das Auto auch nicht schön aussehen. Meine Meinung. Die fittern auch der Amiga. Ja, aber gut, wir haben dich auch ins Boot geholt. Meinung, ich kenne die ganzen Designer nicht, persönlich. Du kennst die, wir haben jetzt ein bisschen uns schlauer gemacht. Aber die waren ja auch nicht einheitlich, das muss man auch sagen. Also auch die beiden, die beiden Kumpels, die waren ja auch unterschiedlicher Meinung. Jean-Pierre hat eine andere Meinung, du hast eine andere Meinung, die beiden waren auch nicht einheitlich. Da gibt es halt kein richtig oder falsch. Du kannst, ich finde, du kannst das, ich bin fest davon überzeugt, man kann beide Varianten machen, dass die Mehrheit der Leute sagt, das sieht geil aus. Ist ja so, wo wir das Projekt veröffentlicht haben, da sind zu 99 Prozent alle mega begeistert von dem Auto, auch von dem Kit, von dem ganzen Umbau. Streitpunkt war, Auspuff links, rechts, das war eins oder zwei. Da muss ich sagen, da habe ich andere nicht wirklich eine hundertprozentige Meinung. Ich persönlich habe die Leute verstanden. Ich fand das jetzt links, rechts nicht ganz so schlimm. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ich hätte es wahrscheinlich auch einseitig gemacht. Aber über das Endrohrdesign, da muss ich jetzt auch nochmal drüber nachdenken, was man dort macht. Das ist halt auch, weil so ein Widebody-Kit muss man schon mit dem Auspuff ein bisschen was machen, weil sonst wirkt ja, sagen wir mal, so ein Seand-Design halt, das wirkt verloren. Ein Röhrchen. So, und da muss man sich jetzt schon was überlegen. Momentan wäre meine Tendenz wahrscheinlich nicht links, also nicht zweiflutig zu machen, aber da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Das ist aber auch eine Geschmackssache. Ich meine, der eine mag das, der andere mag das. Aber ansonsten, das ganze Widebody-Kit war von euch hier sehr, sehr, sehr gut angekommen. Ja, nicht nur von euch. Also ich selbst war ja auch total verliegend. Wie du mir das Bild geschickt hast, da bin ich ja total, da habe ich ja direkt geantwortet. Wort, also das ist einfach, also das ist mega. Also das, und wir wollen euch ja nur mitnehmen, ich sage mal, bewusst auch diese kontroversen Meinungen nur diskutieren, weil so ein bisschen läuft das halt auch beim Automobildesign ab. Da ist auch wichtig, dass jeder offen seine Meinung sagen darf und nicht, weil so vermeidest du, dass man irgendwas komplett übersieht, weil man selbst guckt ja immer mit einer ganz bestimmten Brille auf das. Berufskrankheit. Genau, und da ist es echt wichtig, dass man immer verschiedene Meinungen einfach ausdiskutiert. Wie gesagt, vielleicht, ihr könnt ja mal drunter schreiben, was euch besser gefällt. Das ist ja, finde ich super legitim. Aber da gibt es halt kein richtig oder falsch. Erlaubt ist, was gefällt, ja. Im Endeffekt. Genau so ist das, ja. Ja, okay, sagen wir es nach unten, scan das Auto und dann kannst du nach Hause fahren, machst du Hausaufgaben, zwecks Motor. Ja, hast du mir Hausaufgaben mitgegeben, ja. Er hat es mir selber gegeben. Ja, klar. Also, den Motor, Motorrufen selber, stimmt. Na, der Motor ist jetzt aber grundsätzlich, ist ja schon gebaut. Als Basis. Als Basis, aber ich gucke mal jetzt an, was man noch eventuell machen muss oder was machen kann. Aber das ist sehr, sehr gut gemacht, muss man auch sagen, weil ich hätte das Auto sonst nicht gekauft, weil ich normalerweise nicht fertig ungebaute Autos kaufe ich nicht gerne. Aber der Marcel, von dem ich das gekauft habe, viele Grüße auch an der Stelle, dass du sein Auto jetzt gleich siehst. Das ist einfach ein Top-Mensch und der hat das auch echt super gemacht. Also deswegen ist die Basis echt schon super da. Aber das Interieur, Farbkonzept, Abgasanlage, da gibt es schon noch ein paar Dinge, die man sich halt auf das Designbezogenheit anschauen muss. Ich würde vorschlagen, wir legen los, wir scannen und dann hast du, glaube ich, ein paar Stunden Fahrt. Ja, so ist schon ein bisschen was, ja. Alles klar, komm, gehen wir los. Genau, nochmal Punkt, bist du da gesagt, ready to scan. Genau. Jetzt, drauf drücken. Jetzt kannst du. Scheibe ist nicht gescannt, weil die zu, ganz so schneller gehen, ganz schnell, ganz schnell. Nur Abstand einhalten. So, bis das grün ist. Wenn das blau ist, ist nicht gut, rot ist auch nicht gut. Das Bild muss immer grün sein. Also alles, was ich spiegelt, rückleuchten und Co., ist schwer. Und ist das schlimm, ich kann da doppelt drüber fahren, ne? Da kannst du doppelt, dreifach, da setze ich das alles von alleine zusammen. Wir brauchen nur ein halbes Auto, dann vergleichen wir das mit dem anderen. Die Felge, ein bisschen mitnehmen, so ein bisschen. Mit Boden. Geh mal ein bisschen tiefer ruhig. Ja, so. Dann mal so ein bisschen Boden, was ist, ist besser, zum Messen ist ja besser. Spiele rein. Im Prinzip kannst du alles einscannen, ich kann nicht einscannen, ich kann alles einscannen, ich kann alles einscannen, wirklich. So, jetzt kannst du stoppen, nochmal dran drücken. Jetzt kannst du kontrollieren. Jetzt haben wir das Auto quasi fertig. Geil. Also alles, was wir brauchen, ist fertig. Natürlich, auf dem Rechner, wenn das nichts ist, ist das natürlich alles ein bisschen besser, ne? Jetzt kann man so echt Bilder machen. Sehr cool. Wenn du zum Beispiel jetzt von dem Projekt runtergehst, dann hast du dein Auto als Bild. Geil. Sieht cool aus, ne? Sieht echt geil. Ja, ist ganz coole Geschichte. Das ist aber schwer, ne? Komm, also. Ja, vor allen Dingen, wenn du es die ganze Zeit so mit deiner Hand hast, ist es echt schon schwer. Für die moderne Technik. Ich sag, ich schon, äh... Ja, vor allen Dingen ist krass, also ich meine, das ist überhaupt so portabel machen kannst, ja, das ist schon krass. Du kannst hier jetzt überall hinfahren und kannst irgendwas kennen. Ich kann draußen scannen. Das ist kein Schatz, guck mal. Normalerweise bei dem alten Scanner, ich hab, das ist jetzt, der heißt Leo und der andere heißt Eva. Der hat den anderen, da muss ich wirklich alles matt machen, aber wirklich alles hart gemacht. Und hier mit, mit so, ähm, Wasserperlen hier, ne, würde du gar nicht klarkommen. Ja, echt. Der unterbricht sofort. Und damit ist, ich kann ein ganzer Autos kennen. Ob der nackt ist oder trocken ist, äh, sauber oder dreckig. Ja. Wir haben dann Golf 2 von, äh, von, äh, JP draußen gescannt. Krass. Also du kannst wirklich eine Sonne. Ja. Gehst du drüber fertig? Super. Schon ein gutes Ding. Dann machen wir so. Ja, ach so. Du fährst wieder nach Hause mit dem Auto. Genau. Und dann, da mach ich meine Hausaufgaben sozusagen, die man gegeben hat. Du baust das Herz. Ich baue dann das Herz. Gehe die Seele. Genau. Und, ähm, breite das dann so weit vor und bringe dann das Auto irgendwann in vier Wochen so rum wieder, denke ich. Perfekt. Was bauen wir um? Sollen wir schon verraten oder im nächsten Video? Bisschen Spannung, oder? Wenn wir es jetzt schon verraten. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Die Front wird halt umgebaut auf die Vor-Facelift-Front, weil ich halt finde, dass es durch die horizontalen Linien das Auto von vorne halt breit und aggressiv wird. Ist so. Und deswegen brauche ich halt eine andere Mutterhaube. Ich brauche einen anderen Schlossträger. Ich brauche einen anderen Kühlergrill. Und Scheinwerfer mache ich anders. Und die Schürze auch. Und müssen halt nur gucken unten mit dem großen Ladeluftkühler, was wir da ausschneiden müssen, beziehungsweise anpassen müssen. Weil das passt so eins zu eins natürlich nicht, aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Okay. Die Felgen besprichst du auch mit, äh... Da rede ich jetzt mit Jean-Pierre, was er schon quasi an Felgen hat. Dass wir mal so einen Probeverbau machen können, um auch ein Gefühl dafür zu kriegen für die Proportion. Und, ja. So, dann verabschieden wir uns. Machen wir so. Ich finde das lustig. Eine Freude. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da und Kommentar oder was auch immer. Oder Fragen. Oder Fragen. Wir lesen. Also ich lese mir die Kommentare. Lest du bei dir die Kommentare eigentlich? Alles. Wirklich? Ich lese alles, ja. Ich kann... Leider komme ich nicht dazu, alles zu beantworten. Ja. Weil das ist halt schon wahnsinnig viel. Aber lesen tue ich eigentlich grundsätzlich alles. Also bei uns ist das so, Golf 2 von GP und die Hündervideos, die wir machen, die explodieren von Kommentaren her. Das sind so viele Kommentare, das ist ja die Schafe. Wirklich. Also ich beantworte wirklich fast alle Kommentare. Aber natürlich, wenn da jetzt 2000 Kommentare kommen, ist natürlich sehr, sehr, sehr zeitintensiv. Manchmal so ein Tippfehler, weißt du mit dem Handy, papapapap, denkst du hier und dann liest du das morgen und dann denkst du, oh, was hab ich da geschrieben. Autokorrekturschein, was anderes und so weiter. Aber egal, ähm, ja, Audi 90 Projekt geht weiter. Da heißt ja Audi 90. Eigentlich, also ich würde, ich nenne es einmal nur Audi Coupé. Also Typ 89 ist quasi die, die, die Baureihenbezeichnung. Ich nenne es halt einfach Audi Coupé. Das Problem ist aber, es gibt noch ein anderes Typ 85. Ich bin ehrlich, wenn du, wenn du draußen den Leuten sagst, nicht den Audi Fans, ja, sagst, Audi 90 oder Audi Coupé, die wissen nicht, was das gemeint ist. Ist so, ja, ist richtig so. Deswegen, ich persönlich kannte das Auto in erster Linie oder die meisten kennen das als Audi 80 Coupé. Ja, ja, ist auch, ehrlich gesagt, ist das ja nicht so, man kann sich da immer ewig über die Namen und so streiten. Ich bin einfach, die Hauptsache, jeder weiß, was gemeint ist und ich sage mal, und da, ich gebe dir schon recht, wenn du sagst, Audi 80 Coupé, dann können die meisten sich was darunter vorstellen. Und das ist ja eigentlich das Wichtige. Also von daher ist das, sehe ich das eh ganz entspannt. Wir zeigen gleich nochmal, um welches Auto es sich handelt. Ja, das ist Audi 90 Coupé. Ist das so? Typ 89. Typ 89, genau. Ja, wenn ich aber sage, Typ 89. Ja, das müssen dann die Experten. Ja, genau. Das ist so. Wollte ich nochmal klarstellen. Okay, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Bag1000 Lach k AA Untertitelung des ZDF, 2020